Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Sonne steuern, Wärme und Blendungen kontrollieren und dennoch die Aussenwelt uneingeschränkt erleben. Wie? Mit SageGlass. SageGlass war vor 20 Jahren der Wegbereiter für elektronisch tönbares Glas. Seit damals entwickeln wir dynamisches und innovatives Sonnenschutzglas. Stellen Sie sich Glas vor, das sich bei Bedarf abdunkelt. Sie können die Aussenwelt und das Tageslicht ohne störende Rollläden oder Raffstoren genießen. Der persönliche Komfort wird erhöht, die Produktivität gesteigert und die Energiekosten gesenkt. Wie? Mit SageGlass. Erleben Sie ein neues Raumgefühl. Erleben Sie SageGlass. Erwelt Sie ein neues Raumgefühl. Wir stehen vor zwei Derechelung. Es ist vertikinギr.